Ein Impedanzwandler ist eine Baugruppe, die die Impedanz einer Quelle an die eines Verbrauchers anpasst. Impedanzwandler in der Elektrotechnik In der Elektrotechnik ist der Impedanzwandler eine elektrische Baugruppe, ein Vierpol, der die Impedanz einer Quelle an die eines Verbrauchers anpasst. Passive Wandler Ein passiver Impedanzwandler ist in seiner Ersatzschaltung ein Zweiturm mit entsprechend dimensionierten Impedanzen. Die Ein- und Ausgangs- wie auch die inneren Impedanzen können beliebig sein. Ein Transformator ist ebenfalls ein passiver Impedanzwandler, da er wegen der Strom- und Spannungstransformation zugleich eine Impedanztransformation bewirkt. In der Hochfrequenz- und Antennentechnik ist dieser Transformator häufig ein Bellen. Passive Impedanzwandler Der Hochfrequenz-Technik sind unter anderem Resonanztransformatoren, Leitungsstücke bestimmter Kabelimpedanz und Länge, sowie alle Antennenaktive Wandler Aktive Impedanzwandler sind immer analoge Verstärkerschaltungen. Da bei aktiven Impedanzwandlern durch eine Spannungsquelle elektrische Leistung in die Schaltung geliefert wird, ist nahezu jede beliebige Art der Impedanzwandlung möglich. Als Beispiel dafür sind die Transistor-Grundschaltungen, sowie Schaltungen mit Operations-Verstärkern wie der Spannungsfolger genannt. Hochfrequenz-Schaltungen in Geräten der Hochfrequenz-Technik müssen unterschiedliche Impedanzen von aktiven Bauelementen einander angepasst werden. Bei Wellenlängen, die die Abmessungen der Geräte deutlich überschreiten, verwendet man dazu auch Resonanztransformatoren. Bei kürzeren Wellenlängen sind nur noch Leitungen geeigneter Länge Zb sinnvoll. Mit beiden Anordnungen lassen sich auch komplexe Widerstände anpassen. Nicht elektrische Wandler Schall Die Impedanzwandlung bei Schall ist zu dessen effektiven Übertragung und Abstrahlung erforderlich. Ziel eines Hornlautsprechers ist, die Wellenimpedanz des eigentlichen Lautsprechers an die Schallkenimpedanz der umgebenden Luft anzupassen. Hier weitere Beispiele, Mittelohr. Da das Außenohr mit Luft und das Innenohr mit Flüssigkeit gefüllt ist, kommt es im Mittelohr, also dem Übergang, zu einer Erhöhung der akustischen Impedanz. Dieses wirkt wie eine schallharte Wand. Um diesem Anstieg entgegenzuwirken, gibt es im Mittelohr zwei Mechanismen. Die Hebelwirkung der Gehirknöchelchen und die Druckverstärkung. Die durch den Flächenunterschied zwischen ovalem Fenster und dem Trommelfell entsteht Bassreflexprinzip. Bei Lautsprecherboxen wird oft das resonante Bassreflexprinzip angewendet, um bei begrenztem Boxenvolumen dennoch eine gute Abstrahlung tiefer Frequenzen zu erreichen. Dabei wird die Impedanz, gegen die der Lautsprecher arbeitet, verringert, indem er einen akustischen Resonator erregt. Der aus dem elastischen Luftvolumen in der Box und der im Bassreflexrohr bewegten Luftmasse besteht, Zoonotrode. Zoonotroden dienen der Anpassung der Impedanz eines Ultraschallwandlers an das Werkstück beim Ultraschallschweißen und Bonden. Dazu sind sie schmal zulaufend, die H umgekehrt wie ein Exponentialhorn, geformt. Exponentialhorn Exponentialhörner finden sich an manchen Hochton-Lautsprechern und als Trichter an Grammophonen und dem Edison-Apparat. Früher verwendete man zur Beschallung in Kinos Meter große Exponentialhörner hinter der Leinwand. In allen diesen Fällen dienen sie der Impedanzanpassung des Schallwandlers an die Freiraumimpedanz des Luftschalles. Heute sind Exponentialhörner noch für LKW-Hupen und Druckluftröten in Gebrauch. Siehe auch Horn und Makrofon.